Wer hat heute Lust, zu meiner Übernachtungsparty zu kommen? Wir können leider nicht. Wir machen einen Familienspieleabend. Aber wir kommen, stimmt doch, oder? Ja, das wird sicher toll. Billy, und was ist mit dir? Ich glaube, heute Abend gibt es ein Gewitter. Deswegen bleibe ich lieber bei meiner Mama und meinem Papa. Ein Gewitter? Was ist denn los? Du wirst doch nicht vor zwei Tropfen Regenangst haben, oder? Ja, Billy, oder? Tja, äh, ich weiß nicht so recht. Ich kann Billy verstehen. Ihr habt bestimmt auch Angst, wenn es gewittert. Wir haben vor überhaupt nichts Angst. Stimmt's, Leo? Ja, stimmt. Das glaube ich euch nicht. Wir haben keine Angst. Doch, habt ihr. Kommt schon. Hört auf zu streiten. Am besten gehen wir wieder rein. Es fängt gleich an zu regnen. Boah. Boah. Sostock.